Liebe Frau Göppel, liebe Familie, sehr geehrte, um das Wort von Maria Neuchel zu übernehmen, Festgäste, es freut mich in der Tat, vor seinem Kreis hier ein kurzes Grußwort sprechen zu dürfen. In der Tat, es ist das erste Mal in meinem langen Leben als Natur- und Umweltschützer, dass wir so viele Menschen nicht nur aus verschiedenen Verbänden, sondern aus unseren demokratischen Parteien hier versammelt haben, im Gedenken an eine in der Tat singuläre Persönlichkeit, wie sie Josef Göppel war. Er war so lange Mitglied der Union, der CSU, seit 1970, wie er Mitglied im Bund Naturschutz war, auch 1970. Er war seit 2018 Ehrenmitglied des Bundesnaturschutzes durch die Verleihung unseres höchsten Preises, des Bayerischen Naturschutzpreises. Zum Mitglied des BN ist er 1970 geworden nach einer Rede, wie er mir wiederholt immer erzählt hat, von Hubert Weinzerl, die im Zusammenhang mit dem damals durchgeführten ersten europäischen Naturschutzjahr war, in der Hubert Weinzerl eine Naturschutzwende gefordert hat, weg vom isolierten Schutz von kleinen Lebensräumen hin zum Schutz des Ganzen, ganzheitlicher Schutz der Natur, Naturschutz letztendlich auf ganzer Landesfläche, so wie es dann inzwischen ja seit dem Bayerischen und Deutschen Naturschutzgesetz gesetzlicher Auftrag ist. Naturschutzwende hat Josef Göppel wie kein Zweiter in seiner Person realisiert. Als Förster, geprägt durch die Nachhaltigkeit im Wald, war für ihn Nachhaltigkeit mehr als nur ein Auftrag. Es war Verpflichtung, zu einem nachhaltigeren Lebensstil, zu einem nachhaltigeren Umgang mit unseren Ressourcen insgesamt zu kommen. Und er hat seine singulären Eigenschaften in einer außerordentlichen Weise benutzt, nämlich als Netzwerker zu arbeiten. Die Gründung der Deutschen Landschaftspflegeverbände, denen ging ja die Gründung des Landschaftspflegeverbandes Mittelfranken voraus. Er war damals junger Bezirksrat in Mittelfranken und hatte auch als Mitglied unserer Kreisgruppe Ansbach erkannt, dass wir als Naturschutzverband letztendlich überfordert sind mit der Pflege von Grundstücken und dass wir eigentlich doch diese Pflege denjenigen überlassen sollten, die das besser können als wir, nämlich den Bäuerinnen und den Bauern. Das war die Geburtsstunde der Überlegungen. Und er hat genauso auch aufgrund seiner Tätigkeit als Stadtrat erkannt, dass ohne kommunales Engagement vor Ort nichts möglich ist. Und deshalb die Einbindung der Kommunen. Ich bekenne hier an diesem Tag, heute hier in München, ich war damals kritisch. Und zwar aus egoistischen Gründen, weil ich gesagt habe, ja, Landschaftspflege ist doch etwas Positives. Wenn wir da jetzt eine eigene Organisation gründen, was bleibt an uns als Bund Naturschutz? Die Kritik an der Union, die Kritik an Atom oder an anderen oder am Straßenbau. Das heißt, wir haben damit die negative Rolle. Und Josef Göppel hat mich überzeugt, dass dieser Schritt absolut notwendig und richtig ist. Das heißt, Voraussetzung für Transformation ist die Bereitschaft zur kritischen Reflexion, der eigenen Position, zur Überwindung von Grenzen. Und das hat Josef Göppel über die Landschaftspflegeverbände in die Gesellschaft gebracht, über die Energiegenossenschaften im Bereich der Energie, dass es notwendig ist, Bürgerengagement aktiv zu nutzen, in Wert zu setzen, zu Wertschöpfungen vor Ort zu kommen, auch in Verantwortung vor anderen Regionen dieser Welt. Er hat damit das gelebt, wofür er sich ja auch als Christ besonders eingesetzt hat, nämlich für die Erhaltung der Schöpfung. Heute wissen wir, wie notwendig dieses Grenzüberschreiten ist, wie notwendig, Frau Kraft hat es einleitend, ja treffend formuliert, es wichtig ist, aufeinander zuzugehen, zuzuhören, Gemeinsamkeiten zu suchen und nicht nur immer das Trennende. Dass es aber auch natürlich notwendig ist, in zentralen Fragen klare Positionen zu beziehen. Und da hat für die Ökologiebewegung Josef Göppel tatsächlich durch seine Standhaftigkeit, und zwar durch seine unaufgeregte, fachlich begründete Standhaftigkeit, Meilensteine gesetzt. Er hat es formuliert, ich muss meiner Überzeugung folgen. Ich muss bereit sein zu Gespräch, aber es gibt Dinge, wo ich, wie Luther es formuliert hat, oder hätte, nicht anders kann, als meine Position, auch dann, wenn es schwer ist, öffentlich vorzutragen. Josef Göppel hat gewirkt, ohne jemals ein Ministeramt innegehabt zu haben. Sein Einsatz für die erste ökologische Flurbereicherung in Deutschland, und das war die Flurbereinigung in Triesdorf, hat die Grundlage gelegt für einen neuen Umgang auch des Staates mit der knappen Ressource Landschaft. Er hat plädiert und sich eingesetzt für eine faire Partnerschaft, nicht nur zwischen Naturschutz und Landnutzung, sondern zwischen den verschiedenen Akteuren, und er hat sich eingesetzt für eine, wie ich finde, nach wie vor dringend notwendige Fortentwicklung unserer Marktwirtschaft zu einer ökosozialen Marktwirtschaft. Einen Tag vor dem endgültigen Ausstieg Deutschlands aus der Atomenergie, dankt die bayerische und die deutsche Umweltbewegung Josef Göppel für seine klare, mutige und aufrechte Position, nicht nur gegen die Atomkraft, sondern auch gegen die Agro-Gentechnik. Aber nicht nur für seinen Einsatz dagegen, sondern vor allem auch für seinen aktiven Einsatz für die Alternativen. Denn das hat ihn immer ausgezeichnet. Es geht nicht nur um das klare Nein, es geht auch um das Aufzeigen, was müsste stattdessen passieren. Und dieses Symposium, meine sehr geehrten Damen und Herren, wird zeigen, wie wir auf seinem Lebenswerk aufbauen, nicht nur können, sondern aufbauen müssen, um tatsächlich zukunftsfähig sowohl national wie weltweit zu werden. Ich danke Ihnen. Applaus Applaus Vielen Dank. Applaus Vielen Dank. Vielen Dank.